Der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind ist in der Semper-Oper mit dem Internationalen Dresden-Preis ausgezeichnet worden. Für seine außerordentlichen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und Mahnens. Der in Polen geborene jüdische Star-Architekt hat unter anderem das Militärhistorische Museum in Dresden entworfen, das Jüdische Museum in Berlin und das One World Trade Center in New York. Untertitelung des ZDF für funk, 2017